ja leute da sind wir wieder ich musste kurz noch mal diesen riesen hier besiegen weil beim neuen laden bin ich hier zurückgesetzt worden aber da habe ich jetzt auf screen gemacht so jetzt wird das geöffnet moment wo muss ich denn überhaupt hin es ist jetzt ein park also ist kein park in sich rauf gut naja geht ja und wieder so ein geheimnis der mörder meiner familie stand vor mir jahre der therapie hatten ihn gefestigt ich war froh ihn frei herumlaufen zu sehen im tausch gegen seine freiheit verlangte der staat nur eine unterschrift er sprach davon dass er gerne in den park gehen würde und dass er sich nach frischer luft auf seinem gesicht sehlt und dann nahm mir den federhalter meines vaters und tötete meine sekretärin als er überwältigt wurde schrie er er bat um vergebung um mitleid aber ich hatte keins ich sah zu als in die wächter zusammenschlugen okay und hinunterziehen so fahrstuhl gegen gewicht eine kontrollierten explosion was werden wir hier wohl machen was werden wir hier wohl machen gut und weiter und weiter und wir hier etwas oh ich könnte sogar weiter gehen aber ich schaue lieber nochmal zurück ob hier oben noch etwas ist oh verdammt hier unten ist dann auch nichts okay dann halt wieder ganz hinauf na gut jetzt ist ja eh alles frei bin eh schon wieder da die noch etwas nein oder nein das sieht mir schon so aus brauche ich glaube ich gar nicht den detektiv modus ja wusste ich es doch Ivy wird stärker ich muss sie aufhalten ich glaube sie ist noch im garten wo du sie gelassen hast aber sie beherrscht ihn jetzt du läufst in die falle das glaubt sie jedenfalls also muss ich zum garten zum garten also so verdammt dann kann ich das nichts mit dem schnellen Wettering machen ich bin übereit meine Bankiers kennen jede deiner Bewegungen du und deines Glaubens ihr seid arrogant genug zu glauben dass ihr uns zerstören könnt du wirst scheitern und wir wir werden die stärkste Macht auf dem Planeten oh da habe ich etwas gehört ja jetzt haben sie sich schnell Betterings aufladen müssen du wirst zahlen mein Batman dafür dass du meine Babys verletzt hast oh Gott hört sie gerne auf über ihre Pflanzen zu reden wenn ich mit Batman fertig bin bin ich hinter dir Herr Joker Sniper nicht Dankbarkeit du gibst ihnen Geschenke versuch sie für die Tage leider sie wenden sich trotzdem gegen dich na viel Glück ich habe eine Armee eine Dosis Titan die für eine ganze Stadt ausreicht und eine Tüte Unkraut vernichtert komm und finde mich wenn du mit Batman fertig bist das wird lustig du willst den Wein mit ich mach den Salat der hätten wir jetzt fast gehabt tja der Loser hatte keine Chance ich meine sie mich an ok 1 zu 0 für die Sniper aber das werde ich schon bald haben du wirst zahlen Batman dafür dass du meine Babys verletzt hast erstmal die Dinge weg wenn ich mit Batman fertig bin bin ich hinter dir Herr Joker ach wirklich das nenne ich Dankbarkeit äh ich ihnen Geschenke versuch sie wie Karin für leider und sie wenden sich trotzdem gegen dich na viel Glück ich habe eine Armee eine Dosis Titan die für eine ganze Stadt ausreicht und eine Tüte Unkraut vernichtert komm und finde mich wenn du mit dem wenn du mit Batman fertig bist das wird lustig du bringst den Wein mit ich mach den Salat geh auf die andere Seite verdammt hier ist der Joker Trophäe Puh so upgrade ich würde mal sagen Gesundheit die letzte Stufe so und dann gehen wir noch mal zum Anfang zurück weil dort waren noch einige Joker Zähne komm schon schiech deine Kugel gut ich glaube hier oben beim ersten Turm waren auch noch welche sehr schön sehr schön wie viele gibt es denn noch achso zehn insgesamt und ich habe acht wahrscheinlich vorne beim Gewächshaus dann noch ja hier sind schon ein paar zumindest einer und zehn das ist nice na gut dann gehen wir ins Gewächshaus also bist du endlich hier gefällt dir was ich hier verändert habe meine Babys wachsen es wird echt Zeit dass die Pans mitgehen ja ja kannst du schon ruhig sagen bitte trotzdem nicht helfen leckeres leckeres Happy für meine Babys leckeres Happy für meine Babys nein 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 nicht springen wo muss ich denn hin ok kommt schon spuck's aus hör auf doch haben sie sie beschießen mich bist du bereit für mich glaubst du du wirst mit mir fertig ja fertig ich warte hier drin kommt schon näher ich warte hier drin das war jetzt fail ich dachte schon ich äh geh in den in das Elektrowasser was hält dich Batman keiner kann allwie widerstehen sie lockt mich auf jeden Fall in irgendeine Falle ich habe mich rückversichert Batman sie werden einfach sterben wenn mir etwas zustößt hat sie also schon normale Wachen unter Kontrolle oh das ist ja ein Abgrund der schaut auch nicht so gesund aus ich lass dich das nicht zerstören Batman ich habe gesagt du sollst in deine Zelle gehen ich war ein Narr ich dachte die Pflanzen hätten Schmerzen jetzt weiß ich dass sie gewachsen sind stärker wurden und jetzt wachsen wir zusammen ich bin stark so ich weiß jetzt aber gar nicht mehr wie es funktioniert vielleicht mit dem Bad Drinks irgendwie ne das sieht gar nicht so aus Gossam wird zu mir gehören oh immer schön ausweichen und mit Bad Drinks werfen so geht's oh oh komm schon zeig dich komm schon zeig dich oh 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 führst du den Doc? WAS whoa das sieht gut aus Wachen ja ah das ist jetzt nicht so schwer Oh уск ist jetzt nicht so schwer oh Nur auf die Ranken muss ich aufpassen. Oh. So. Immer schön ausweichen. Nein. Nein. Es ist Zeit, dass sie mal irgendetwas anderes macht. So wie das schon langweilig ist. Ah, beim nächsten Schuss dann. Ah. Das ist schon ganz knapp hier. Knappi, knappi, knappi. So. Aber jetzt. Was passiert jetzt? Ja, jetzt. Geh schon rein. Ach, nein. Schein weg. Du kannst Mutter Natur nicht schlafen, aber sie kann sich selbst spüren. Ah, ich habe noch. Dings ausgerüstet gehabt. Wenn man ein Explosiv-Gel. So, jetzt die ganze gleiche Prozession noch einmal. Oh. Das zieht sich. Schnellbett rein. Nicht ganz. Ah, kommt schon. Das habe ich mir jetzt gedacht. Aber egal. Habe ja noch genug Energie. Aber jetzt geht die Energie schon schneller, bitte. Vielleicht noch dreimal, dass es sich nicht schmacken muss. Aber vielleicht viermal. Oh. Jetzt wieder die Waffen. Hey, ich habe zuerst geschlagen. Weg da. Oh, das war knapp. Oh. Ah, so knapp. So. Meine Pflanzen werden dich und dein kostbaren Glocken verpufft. Ja, komm schon. Zeig dich. Ich glaube, es ist einmal noch. Jetzt noch einmal. Oh. Jetzt noch mal diese Motus. Ich brauche, ihr hilft euch, Jungs. Hey. Er versucht, mich zu verletzen. Weg da. So. So. Nein. Weg da. Ich stehe nur mit du da. Oh. Weg hier. So. Das ist das allerletzte Mal. Bam. Iieval. Alright. Oh. Oh. Ah. 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 ich wollte unbedingt diesen äh, körperfertig machen. Oh. Geh zur Party. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge von Batman Arkham Asylum. Bis zum nächsten Mal. Ciao.